Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mal, wie ich als Druide, der seit Level 53 eine Healskillung spielt und somit nicht Solo farmen konnte und zudem keine Sammelberufe wie Kräuterkunde oder Bergbau hat, es relativ einfach nebenbei geschafft habe 1000 Gold zu machen. Da ich zudem, wie ihr ja vielleicht wisst, Casual-Spieler bin, habe ich natürlich trotzdem ein paar Tage länger gebraucht wie vielleicht der ein oder andere. Insgesamt habe ich gerade aber 4 Tage und 12 Stunden Spielzeit auf Level 60. Ihr fragt euch jetzt zudem sicherlich, warum reitest du dann bitte immer noch mit deinem normalen Mount rum? Wo wir auch gleich zum ersten Tipp kommen, macht den PvP Rang 3 um 10% Rabatt auf euer Mount zu bekommen. Dadurch spart ihr euch nochmal 100 Gold und das epische Reit hier kostet nur noch 800g. Zudem ist Rang 3 eigentlich relativ easy zu erreichen. Ich habe dafür auf dem deutschen PvP-Server Dragon's Call nur 315 Kills in der offenen Welt gebraucht, da es zum Zeitpunkt dieses Videos noch keine BGs gab. Vielleicht hatte ich da aber natürlich auch nur ein bisschen Glück, da noch nicht so viele Leute PvP gemacht haben und ich somit in der Rangliste nicht so viel Konkurrenz hatte. Wer wissen will, wie genau das Ern-System funktioniert, findet den Link zu meinem Video dazu in der Videobeschreibung. Wie habe ich also diese 1000 Gold gemacht? Das erste, was ihr tun solltet, ist einen neuen Charakter zu erstellen, diesen auf Level 5 zu spielen und direkt in eurer Hauptstadt zu rennen. Das erlernt ihr dem Beruf Verzauberungskunst, wofür ihr mindestens Level 5 sein müsst, wie für alle anderen primären Berufe natürlich auch. In WoW Classic ist es noch so, dass ihr einfach jeden grünen und blauen Gegenstand entzaubern könnt. Ich habe also meinen Bunk-Char alle grünen Gegenstände ab Level 50 geschickt, welche ich nicht beim Händler für mindestens 2 Gold oder mehr verkaufen konnte. Mit diesem habe ich alle grünen Sachen dann ganz einfach entzaubert. Die Mazda raus, wie zum Beispiel große ewige Essenzen, die im Auktionshaus so um die 4 Gold und 50 Silber wert sind oder auch Illusionsstaub, wobei einer so um die 40 Silber im AH wert sein sollte, kommt natürlich auch immer auf den Server und auf die jeweilige Phase drauf an, habe ich dann im AH zu besagten Preisen verscherbelt. Geht Gilden intern nach Strad Living und farmt dort rechtschaffende Kugeln. Diese benötigt ihr unter anderem für die Waffenverzauberungen Kreuzfahrer und Heilkraft sowie für ein paar weitere herstellbare Items, wie zum Beispiel die Trachten des Warnglaubens. Fallengelassen werden diese von allen menschlichen NPCs bzw. Gegnern in der Instanz, welche alle mit dem Wort Purpur-Roter beginnen. Die Kugel nimmt dann einen Spieler und verkauft diese und teilt den Gewinn einfach durch 5. Eine Kugel geht bei uns auf dem Server zu zwischen 30 und 40 Gold weg. Vergesst zudem nicht die Kisten, ohne Pfeilen aufzumachen, welche überall in der Instanz an der Seite rumstehen und euch die Heil- und Mana-Tränke mitzunehmen. Sollten diese nicht gebraucht werden, wovon ich zwar nicht unbedingt ausgehe, können diese ebenfalls für ein paar Gold im AH verkauft werden. Vielleicht habt ihr ja noch Glück und es droppt etwas Blaues, was ebenfalls im Auktionshaus landen kann. Schreibt mir mal in die Kommentare, was das höchste an Kugeln war, was ihr in einem Run bekommen habt. Burg Schattenfang im Silberwald farmen lohnt sich jetzt vor allem umso mehr, da die Battlecrowns am 10. Dezember erscheinen, also zumindest die Warthong-Schlucht und das Alteraktal. Warum das ganze aber? In Burg Shadowfang droppen teilweise viele Best-in-Slot-Items für Level 19er PvP-Twinks und allgemein gute Items für Twinks. Ich brauche zum Beispiel für einen Run mit meinem Heal-Truiden genau 20 Minuten, schaffe somit also 3 Runs pro Stunde. Um welche Items handelt es sich jetzt also genau? Das Beste, was ihr dort bekommen könnt, wäre die Klinge von Shadowfang, welche einfach mit Abstand Best-in-Slot für Level 19er-Schurken-Krieger-PVP-Twinks ist. Bei uns geht diese zum Beispiel jetzt schon zwischen 200 und 600 Gold weg, aber auch der Nachthäscher, eine Level 18er-Zweihand-Axt, ist definitiv eine brutal gute Waffe für 19er-Krieger und Paladine und natürlich Hunter-Hust. Auch der Hexenstock für Level 19er-Priester und Hexenmeister-PVP-Twinks ist definitiv noch erwähnenswert. Jedes Item wird auf jeden Fall ab spätestens dem 10.12. für mehrere 100 Gold weggehen. Alle besagten Items sind natürlich Random-Drops, deswegen ist es wichtig, dass ihr immer bei den Runs den kompletten Trash cleart. Nehmt bitte auch jeden grünen Gegenstand mit, vor allem Ringe lassen sich ebenfalls für mehrere Gold verkaufen. Gründe schuldern ebenso, da diese erst ab ca. Level 15 überhaupt tragbar sind. Ebenfalls bitte immer den Wolfsstoff aufsammeln, braucht nicht viel Platz und geht bei uns auf dem Server für mindestens 80 Silber den Stack weg. Auch die blauen beim Aufheben gebundenen Items von den Bossen können gut und gerne mal für 40 Silber beim Händler verkauft werden. Schaut einfach, dass ihr selbst dafür so eine Art Gefühl bekommt, welche Items gut sind und welche nicht. Level 19er grüne Armschienen mit Stärke und Beweglichkeit werden zum Beispiel besser weggehen, wie Level 14er grüne Armschienen mit Ausdauerwillenskraft. Auch hier, jeder bitte direkt mal in die Kommentare schreiben, wer schon mal die Klinge von Shadowfang gefunden hat und verkauft hat. Jetzt taucht mir für den nächsten Punkt bitte nicht meine Tauren-Schädel runter. Wir befinden uns gerade mitten in Phase 2. Es gibt also keine Battlegrounds und das Ehrensystem ist momentan live. Das bedeutet, jeder kann seine Ehre nur in der offenen Welt farmen. Da im Gegensatz zu früher dreimal so viele Leute auf dem Server sind, tummeln sich natürlich auch dreimal so viele Leute in der offenen Welt, die einfach alles und jeden für besagte Punkte umfahren und das meist in großen Gruppen, so dass man absolut keine Chance hat zu überleben und meist den Weg vom Friedhof zurück zur Leiche schon mit verbundenen Augen laufen kann. Dennoch will ich diesen Punkt erwähnen und das war jetzt auf jeden Fall ein langes Vorwort. Questen. Das gibt nämlich ab Level 60 für jeden Quest, den ihr abschließt, Gold. Natürlich erst wieder ab dem 10. Dezember einigermaßen, wenn die BGs kommen, möglich. Dennoch bekommt ihr für besagtes Quest mit Level 60 einfach knapp 4 Gold pro Quest. Ich habe es in einem früheren Video schon mal gesagt, ich lasse immer ein Gebiet aus, in meinem Fall die östlichen Pestländer und mache das komplette Gebiet dann mit einem Freund oder auch alleine in einem Abend durch. Bis auf die Instanzquests versteht sich. Das alleine kann euch schon mehrere hundert Gold bringen, je nachdem wie viele Quests ihr natürlich noch übrig habt. Bevor wir aber zum nächsten Punkt kommen, möchte ich euch noch das Ende von einem Kampf gegen den Palar, welchen ihr auch gerade schon im Hintergrund sehen könnt zeigen. Dort hat mich besagter Paladin hinterrücks angegriffen und es kam zu einem coolen und spannenden Kampf mit vor allem einem, ja ich nenn es mal Paladin würdigen Ende, aber seht einfach mal selbst. Natürlich alles nur mit Spaß, wenn natürlich zwei weitere Hordler kommen. Es ist zumindest ein ganz cooler Abgang, ich meine Chance hätte er dann sowieso nicht mehr gehabt. Aber ja, Paladin in allen Ehren. Wenn ich mal nur eine halbe Stunde Zeit habe zum Zocken, verbringe ich diese meist mit Angeln, meistens im Hinterland, um ein paar Winterkalamare aus dem Wasser zu ziehen. Sollte ich jedoch zur späteren Stunde noch online sein, besser gesagt nach Mitternacht, stehe ich in Farallas und ziehe ein paar rohe Nachtflossenschnapp aus dem Wasser. Diese sind allerdings nur von 0 Uhr bis 6 Uhr in der Früh zu 100% angelbar. Gibt's das Wort überhaupt? Naja, fünf Stück lassen sich bei uns auf dem Server gerne mal für knappe 4 Gold verkaufen. Achtet, wenn ihr allgemein Bufffood verkauft, egal welches, darauf, dass ihr es an den richtigen Tagen zur Haar stellt. Die richtigen Tage sind natürlich die, an denen geradet wird. Erfahrungsgemäß läuft mein Verkauf am besten am Montag und am Mittwochabend, so wie am Sonntagnachmittag. Falls ihr Angeln und Kochen ganz einfach lernen wollt, kann ich euch nur den Guide von Aikosiol, und ich hoffe man spricht ihn so aus, empfehlen. Dieser zeigt euch in seinem Video, wie ihr Kochen und Angeln parallel nur mit Fischen verkochen auf 300 bringt. So skillt ihr also indirekt zum Angeln, direkt das Kochen mit, da ihr alle Fische ganz easy zum Skillen verarbeiten könnt. Was ebenfalls sehr lukrativ sein kann, sind dem nur Tributruns. Lohnt sich meiner Meinung nach aber erst, wenn ihr mindestens 3 bis 4 Runs macht, dass jeder ein paar Items aus der Kiste am Schluss bekommen kann. Zudem sind die Mana Tränke ebenfalls immer wortwörtlich Gold wert. Bei besagten Tributruns lasst ihr die 3 Wochen aus und bekommt dadurch 4 Gegenstände am Schluss in der Truhe. Außerdem könnt ihr Glück haben und es können die grünen Bücher, welche für die DM Verzauberungen benötigt werden, droppen. Welche im AHA glaube ich bei uns zumindest auch so zwischen 5 und 30 Gold wert sein können, je nachdem welches Buch ihr findet. Wenn ihr wollt, dass ich euch den besagten Run mal in einem separaten Video ganz genau erkläre, schreibt es mir doch unten einfach mal in die Kommentare. Bei uns ist sogar einmal das Buch von Kelserar getroppt, welches eigentlich um die 1000 Gold wert ist, wir haben es jedoch einem unserer Tanks für sagen wir mal faire 300 Gold verkauft. Grüße gehen raus an Che. Was ich zudem hin und wieder gerne mache, ist im AHA billig einzukaufen und teuer fair zu verkaufen. Klingt jetzt natürlich auch immer leichter als getan. Ich mache das aber vor allem immer mit Bufffood, wenn ich sehe, dass jemand das wirklich exorbitant billiger reingestellt hat, kaufe ich das komplett auf und stelle es an den besagten Raid Tagen von ein paar Punkten davor einfach wieder 1-2 Gold teurer rein. Dasselbe mache ich dann mit großem Mana trinken. Geht natürlich auch mit allen anderen möglichen Items, aber auch hier braucht man etwas, ich nenne es mal Feeling und muss den Markt kennen. Hier kann man jetzt vor allem noch spezielle Addons wie zum Beispiel Auktionier verwenden. Die machen allgemein das Leben rund um das AHA deutlich einfacher, dazu dann aber nochmal in einem späteren Addon Video von mir mehr. Zudem habe ich hin und wieder, aber eigentlich wirklich nicht oft, mit einem Schurken unserer Gilde in Tyres Hand in den östlichen Pestländern Liedemops umgehauen. Dort hat man natürlich immer erhöhte Chance auf grüne Items, die ihr dann ganz einfach ins AHA stellen oder auch im Twink zu meinen Zaubern schicken könnt. Daumen drücken natürlich, dass große ewige Senzen rauskommen, diese sind definitiv am meisten wert. Zudem fällt natürlich auch hier ein guter Betrag an Silber ab und ja, mit etwas Glück sogar ein random Epic, wobei ich leider noch keins gesehen habe. Wie schaut es da bei euch aus? Wenn euch das Video gefallen hat, supportet mich doch super gerne mit einem Daumen nach oben oder lasst mir sogar einen Kommentar oder ein Abo da. In diesem Sinne, möge das Gold mit euch sein und achja, immer schön die Mana Trinke mitnehmen, man weiß ja nie.